Ich muss die Kolibris trainieren. Sie müssen körperlich in bester Verfassung sein, wenn wir die Zauberin herausfordern. Ach, wenn ich wieder bei Atem bin, mache ich die restlichen Rhinoxe fertig. Wenn du weg willst, sag einfach Bescheid. A la Lee, Spyro, wir sehen uns bestimmt wieder. Keine Sorge, ich bringe die Kolibris in nullkommanichts in Form. Wenn du weg willst, sag einfach Bescheid. Ich habe die Situation analysiert. Wir brauchen fünf Männer, um den Kreisel zu bedienen. Leg nen Zahn zu, Spyro. Wir gehen zum Kreisel. Alle Systeme 1A in Ordnung. Spring auf. Hallo, Spyro. Ich bin gerade auf dem Weg zur Tiki Lodge, um mich ein wenig zu entspannen. Ich bin bereit, die Türme und das Gebiet, um die Inseln zu bewachen, wann immer du willst. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Es ist gut, wieder im Einsatz zu sein. Mein taktischer Instinkt sagte mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde. Deshalb flog ich her, um dir zu helfen. Meine Raketenwerfer scheinen nichts gegen diese Kreatur ausrichten zu können. Aber ich kann dir helfen, indem ich Munition fallen lasse. Leg los und kämpfe den gerechten Kampf. Schönen Tag noch, Spyro. Ich würde gern bleiben und quatschen, aber ich bin spät dran für eine, äh, eine Verabredung mit einer, äh, Elfenfreundin von mir. Äh, sie ist nur eine Freundin, verstehst du? Eine rein platonische Freundschaft. Äh, es ist auf gar keinen Fall eine Verletzung des Militärprotokolls. Was? Äh, warum siehst du mich so an? Äh, warum siehst du mich so an?